letztes mal in persona 5 royal also ja 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 es klappt gut oh gott sei dank also ist es heute endlich zeit für operation might watch ja verdammt ja nun zurück in die menschlichen abgründe tja und damit herzlich willkommen zurück in persona 5 royal letztes mal hatten wir dann ziemlich viel freude daran als uns mich immer doch noch gefragt hat ob es denn nicht zeit wäre für operation made watch ich habe ja schon befürchtet dass dieses event nicht mehr stattfindet dass ich verpennt habe und damit hätte ich auch einen social link den ich unbedingt haben wollte nicht bekommen jetzt bekomme ich den aber und zu diesem zweck müssen wir genau das tun was uns am ende der letzten folge nach unserer unterrichtseinheit hier gesagt wurde nämlich zu unserer lieben klassenlehrerin miss kawakami gehen wir haben ja erfahren dass diese da einen kleinen nebenjob hat die war dann nämlich unsere haushaltshilfe die wir bestellt haben ja scheinbar ist die bezahlung für lehrkräfte hier nicht ganz so gut müssen wir mal schauen jetzt muss ich nur gucken wo das wo das lehrerzimmer jetzt wieder war das ist natürlich eine gute frage einmal jammer nein ja keine lehrerzimmer das sind alles klassenzimmer waren die unten bin mir gerade überhaupt nicht sicher da hinten ist ein klo da will ich eigentlich nicht hin hier ist auch klassenzimmer das lehrerzimmer muss wo anders sein die frage ist nur wo war das nicht da drüben irgendwo ich weiß es nicht weil die schule ist manchmal ein bisschen verwirrend kann man hier hauswirtschaftsraum nee was ist mit ihm hier eigentlich ich weiß es nicht dass das ein zivilist mit mir redet da kann man nichts machen nach dem madarame vorfall ist mein ansehen förmlich explodiert hast du eine schraube locker ich kann verstehen wenn du so denkst helden sind einsam und werden oft missverstanden so ist es aber gut ich wäre falsch unschuldige leute in den krieg für den weltfrieden hinein zu ziehen äh da glaubt einer erwähren phantomdieb habe ich so das gefühl physikraum nee auch nicht gibt es doch gar nicht wo waren denn die blöden lehrerzimmer so wenn man hier wie warst du eigentlich eine obere schule sensei warst du in irgendwelchen clubs ach so das war die das war die olle ja gut okay habe ich jetzt habe ich jetzt verpeilt entschuldigung warst du in irgendwelchen clubs ich war im leichtathletik team aber ich bin schon seit einer ganzen weile nicht mehr gerannt leichtathletik ist ja lustig wir haben jetzt ja keins mehr weil es aufgelöst wurde das ist wegen sakamoto oder er ist ein echter störenfried genau wie wir ich sollte das nicht sagen aber sakamoto hat echt nicht viel glück gehabt in letzter zeit ja das ist so aber so wo soll ich denn jetzt hin scheiße hier lang warte mal war das nicht neben der neben der bibliothek das war ihr raum hier erinnerst du dich an kann ich hier aus frist der monat ist fast vorbei wir dürfen keine zeit verspenden gehen wir also heute ich denke drüber nach ich habe aber erstmal noch ein bisschen was anderes zu tun macht ja keinen stress da du hast recht vielleicht sollte ich besser nicht dran denken gib mir bescheid sobald du bereit bist jetzt ist das schülerrats zimmer büro des direktors okay da kommen wir der sache schon näher lehrer büro da haben wir es doch meine fresse stelle ich mich wieder an weil sie eigentlich daneben auch lehrer büro schiller beratungszimmer ok dann gehen wir doch mal endlich mal ins lehrer büro immer noch einige lehrer da sie sehen alle ziemlich entspannt aus ach hier steht sie doch ich idiot wie ich bereits sagte ich muss mich noch um eine andere sache kümmern also verabschiede ich mich neun wir sind noch nicht fertig aber ich hier ist eine reihe von skandalen vorgefallen wir werden alle dazu befragt und doch gehst du früher und schaffst es gerade so zu den lehrer konferenzen erkläre dich du bist etwa bist du etwa nachts die ganze zeit unterwegs schon nimmt kawakami in die mangel sie wird alles tun wenn wir ihr helfen also sollten wir sie entlasten na die schule schließt heute kuruso geh nach hause es ist schon spät oder wolltest du etwas von kawakami ja ich habe eine frage was du hast noch eine frage noch eine frage naja das stimmt na die fragen von kuruso sind so anspruchsvoll dass ich ihm abends helfe sie zu beantworten du gibst also einzelunterricht außerhalb der schulzeit wie fleißig du bist eine großartige lehrerin fleißige lehrerinnen sind genau das was die schule braucht verzeih meine verdächtigung das sollte ja jemand glauben na also dann seid weiter fleißig ihr beide ich behalte euch im auge die frage quasi selbst beantwortet aber ihr verdacht hat sich jetzt erledigt also danke hast du etwas zeit für mich na klar doch ich kann in der schule nicht drüber reden hier sind adresse und telefonnummer von meiner nachtarbeit jetzt haben wir schon die telefonnummer ruf dort später an und frag nach mir was aber auf dass ich nicht in deinem anruf verlauf auftauche ja hey du hast geschafft dann solltest du von einem öffentlichen telefon aus anrufen nutze am besten das gelbe telefon im leblanc rufen wir kawakami an wenn du zeit hast und laden sie in dein zimmer ein okay ich muss los okay gut endlich so und jetzt schauen wir uns mal hier um ich möchte erstmal zur station mal gucken was so geht ich gehe heute noch nicht in den palast aber eventuell dann in der nächsten folge schon denn ganz viel zeit will ich mir nicht lassen in shibuya hätten wir jemanden warte mal nee kann ich nicht erst mal kitchi chochi blablabla eins nee ich würde gern ja ich glaube ich will nach shinjuku aber es kann auch sein dass ich hier erst abends wirklich hin will da ist noch mal ein zugang in den velvet room lasst mich mal kurz gucken hier aber es kann natürlich sein dass das erst abends wird es sieht so aus gut aber wenn alles gut geht dann können wir heute gleich zwei social links starten obwohl nein kawakami kommen wir ja auch erst abends anrufen ach mist na dann gehen wir jetzt mal ja gute frage hier steht akachi rum ich bin froh dass du mit mir reden möchtest ich hatte noch zeit vor dem aufnahmen deshalb habe ich mich für einen spaziergang entschlossen ich habe viele gerichte über eine verbrecherbande gehört hoffentlich hast du nichts damit zu tun mach dir keine sorgen wunderbar ich scheue dich nicht um hilfe zu bitten ich habe einen guten draht zur polizei weißt du übrigens in dieser stadt ist immer etwas los erst der u-bahn-unfall jetzt die sache mit der mafia von den phantom dieben ganz zu schweigen ich habe bei meinem pummel über so einiges nachgedacht dabei fällt mir ein waren die phantom die bevor ihren verbrechen bei der madorama ausstellung was haben sie geplant und wer könnte ihr nächstes ziel sein okay ich in letzter zeit werde ich immer öfter krank ich würde gern weiter plaudern aber ich muss los ich hoffe wir sprechen uns bald wieder okay gut ähm da war jetzt nicht so viel los gucken wir mal zugangsweg wo haben wir denn hier genau UG Verbindungsgang aber ich glaube ich ne anscheinend nicht da zu sein weil die steht ja im einkaufszentrum normalerweise oder gut dann gehen wir mal hier hin da geht auf jeden fall irgendwas schauen wir doch mal ähm wir müssen jetzt nach irgendwo da unten ja da ach hier Yosuke äh wollen wir mal ja dann starten wir den social link wenn sonst keiner verfügbar ist ach Akira was hast du heute vor äh machen wir was zusammen äh bist du sicher dass wir dafür Zeit haben worauf siehst du aus ja mach mal halblang Yosuke hm du hast recht manchmal braucht man eine Pause ich würde gerne etwas mit dir besprechen eine gute Gelegenheit meine Bindung zu Yosuke zu stärken Akira hast du heute Zeit ja lass uns reden erinnerst du dich dass ich von meinem Bedürfnis sprach das Herz zu verstehen ich tue mich schwer damit wie soll ich die wahre Natur der reinen Schönheit erschließen Akira was soll ich malen um die Natur des Herzens darzustellen ähm Mementos ähm eine seelische Landschaft die Landschaft des Herzens achja Mementos die Begierde die von diesem Wort ausgeht ist die Wurzel dessen was die Menschheit antreibt unglaublich du hast wirklich eine einzigartige Sichtweise da wir jetzt einen Zielort haben sollten wir uns beeilen wups äh war das der Plan jetzt bin ich ein bisschen überrascht oh dieses verzerrte Reich voller Schatten diese Verkörperung der Begierden des Herzens die Anmut der Sayuri entstammt demselben Herzen wie diese kranken Gedanken wobei ich diesen Aspekt nicht faszinierend finde das Herz gleicht einem Abgrund und was den Grund für meine Schaffenskrise angeht ich habe eine Ahnung in dieser anderen Welt habe ich die Perversion von Madaramis Herzen gesehen die Kunstwelt in die ich solches Vertrauen hatte wurde damit verzerrt durch Gier und Verlangen die Hässlichkeit der Welt wurde mir in diesem Augenblick bewusst und seither ist mein Pinsel durch Zögern und Zaudern wie gelebt gibt es wahre Schönheit könnten Hände sie einfangen die durch seine Perversion verdorben sind aber solch gewichtige Fragen zu sinnieren hat mich nur weiter von der Realität entfernt Mensch Jusuke snap out of it komm mal raus hier und äh im Prinzip kann der dich doch gar nicht so sehr versaut haben oder sonst wärst du ja nicht bei uns in der Crew Zweifel füllt meinen Verstand ich tat mich schwer einen Grund zu finden meinen Pinsel wieder zu bewegen und ehrlich gesagt habe ich noch immer keine zufriedenstellende Antwort gefunden was ist denn? wurdest du von dem Verlangen über Mann zu malen? äh beeil dich einfach gib mir deinen Pinsel beeil dich einfach aber bitte dränge mich nicht ich brauche noch ein wenig Zeit die Unsicherheit die hier zu spüren ist scheint meine Sinne zu schärfen ich spüre dass eine Offenbarung naht na hoffentlich naht nicht der Reaper ja die Muse hat mich geküsst das muss es sein welch genialer Bildaufbau aha mir rast das Herz ah je wie unelegant du willst deinen verzerrten Willen durchsetzen törichter Schatten ich vernichte dich weil du mich bei der Arbeit gestört hast naja es war ja irgendwie klar dass wir hier noch erwischt werden Manno naja gut aber wir sollten gegen die eigentlich nicht allzu große Probleme bekommen Feuer und oder Wind naja dann nehmen wir doch gleich Magaru und äh so ähm ja gute Frage ja All Out Attack es wird zwar nicht viel bringen befürchte ich aber doch so das war's cool Bonus EP äh ne Blanko Karte haben wir wieder bekommen haha ein bisschen vielleicht wer ähm wovon redest du ah der hat einen Bruder gehabt okay Van Gogh hat nicht Fahne in seinem Leben aber einen Entsicherer und Unterstützer in seinem Bruder mhm okay Bewunderer Unterstützer naja kann ich irgendwie verstehen aber du gehörst jetzt nur mal zu uns was wollen wir machen das ist die Blanko Karte die da Schatten verloren hat hm wenn würde ich When I see black paper I have the urge to draw something on it haha may I what what good what hm was ist universe gear ist alles in Ordnung okay zeig mal Was denkst du? Nicht schlecht, würdest du sagen? Soon enough, my slump will be a thing of... Okay, ja, schön wär's. Ups. Recom. Äh, okay. Ja, danke, Yusuke. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Was genau hast du da getan? Offensichtlich. Ey, hey, Yusuke, das könntest du öfters machen. Das wird nützlich sein. Sicher doch. Ja, auf geht's. Ich zähl auf dich. Yes, you can rely on me. Ich fühle, wie Yusuke mir vertraut. Und wir werfen wieder den Fluxkompensator an. Und zurück in die Zukunft. Multiple Cards were discovered among your belongings. Replicas of the same design. I don't have a clue, how these cards were used. But someone proficient in the arts was close to you. What were you having this person do? Das glaubst du mir sowieso nicht. I am Vau. Vau art I. Vau hast acquired a new Vau. Ah, was könnte er sein? Shall become the wings of rebellion that break it by chains of captains. Ich hab keine Ahnung. Herrscher. Mhm. Okay. Überrascht mich bei Yusuke jetzt ein bisschen, dass er Herrscher-Persona ist. Also, ähm, Arcana. Herrscher. Ermöglicht es Yusuke, Skillkarten zu duplizieren. Sehr schön. Ist ja cool. Alright. Das ist mal in Ordnung, würde ich sagen. Du kannst Yusuke jetzt bitten, mit seiner Fähigkeit Duplikation für dich Kopien von Skillkarten herzustellen. Gib Yusuke eine Blankokarte und die Karte, die kopiert werden soll, um eine Skillkarte zu duplizieren. Am nächsten Tag kannst du beide Karten abholen. Ah, okay. Die Blankokarte wird verwandelt und es entsteht eine neue Skillkarte. Yusuke gibt dir die neue und die Originalkarte zurück. Blankokarten erhältst du in Suchobjekten in Mementos. Versuch so viele wie möglich zu finden. Ja, hat man ja im letzten Livestream schon eine bekommen. Okay. Ja, mach das mal. Ich bin in deiner Schuld. Vielen Dank für deine Hilfe, Alter. Du hast mir geholfen, eine wirklich wunderbare Inspiration zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass mein Talent sich für die Phantom jeweils nützlich erweisen könnte. Ich muss meinen Teil des Deals erfüllen und mein Bestes geben. Du musst nur fragen. Ja, danke. Ah, ich sollte mich bei dir bedanken. Ohne deine Hilfe hätte ich das heutige Stück nicht fertiggestellt. Lass uns zurückgehen. Ich muss so schnell wie möglich den letzten Feinschliff machen. Zum ersten Mal seit langer Zeit mit meinem Pinsel wieder tanzen. Okay. Lebe wohl. Lebe wohl. Yusuke, ehrlich. Lebe wohl. Lebe wohl. Hey, hast du den Artikel gesehen? Was für ein Artikel? Ein Interview mit irgendeinem Schüler. Der junge M deckt auf. Schwerer Missbrauch im Kamoshida-Fall. Das stand da. Es geht vor allem um die körperlichen Bestrafungen. Glaubst du, dieser junge M ist Mishima? Ähm. Wahrscheinlich. Ha, vielleicht ist er es doch. Ich meine, diese Fanzeit ist auch eine gewaltige Hilfe. Ich glaube, wir können ihn in Ruhe lassen. Er tut uns ja nichts. Na, bis später. Möglicherweise, ja. Weil Mishima haben wir ja auch dahin geschickt. Könnte schon durchaus sein. Ich sollte mir den Artikel ansehen, von dem Ryochi geredet hat. Ja, es gibt ja Sinn, dass es von ihr ist. Ich meine, wir haben ja Mishima auf ein Date mit ihr geschickt. Auch wenn er danach ganz schön terrified war. Ja, also, so wirklich begeistert hat er sich nicht gezeigt. Am Ende ist er auch den beiden Drag Queens begegnet. Mit denen hatten wir ja auch schon in unseren Begegnungen. Und dann haben wir dann ja, ja, wir haben uns dann mal ganz schnell verzischt. Und haben Ryochi dann einfach mal denen überlassen. Das fand ich witzig. Äh, naja, gut. Da müssen wir uns aber gut überlegen, was da reingeschrieben werden kann. Äh, nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte hier mal kurz mit Sojiro quatschen. No, ich wollte den Laden gerade schließen und nach Hause gehen. Du musst nicht helfen. Hoffentlich kommt er nicht nochmal vorbei. Ich habe nämlich keine Zeit für ihn. Hm. Ja, müssen wir abwarten, bis er das klärt. Okay, also können wir mit Sojiro jetzt gar nicht weiterkommen. Ich würde aber gerne mal ans Telefon. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann jeden anrufen, den ich will. Ich bin voller Mut. Oh. Oh, also Gott sei Dank haben wir genug Mut dafür, ja. Überlegst du, eine Maid zu rufen? Bei diesem Telefon gibt es keine Anrufliste. Also merkt es keiner. Das dient alles dem Wohl der Phantomliebe, oder? Natürlich. Hi. Hi. Hier ist Becky. Oh, ach, ach so, du bist. Äh, das kostet 5000 Yen inklusive Anforderungsgebühr. Ist das okay? Das kostet was? Willst du mich verarschen? Du hast doch gesagt, ich sollte dich anrufen und herbestellen. Oh, die ist aber ganz schön teuer. Hey. Na, dann, dann komme ich sofort. So, das ist dein Zimmer, hm? Hm. Wie soll ich das sagen? Sei einfach ehrlich. Oh, egal. So, welchen Kind bist du? Nee. Nee. Hehehe. Das musst du selbst rausfinden, meine Liebe. The way you opposed Mr. Kamoshida, I'd say that you're earnest and have a strong sense of justice. Das being said, you called a Maidservice and requested me? Weil, naja, ursprünglich haben wir ja nicht dich angefordert, im Speziellen, sondern nur irgendwen. Und dass du jetzt hier stehst, hast du ja selber zu verantworten. Du hast ja gesagt, ich soll dich rufen. Ich hab keine Freunde. Ich war einsam. Hä? Das ist eigentlich beides nicht so. Können wir nicht einfach sagen, wir wollten uns eigentlich nur einen Spaß draus machen? Ich sehe. Oh, das ist richtig. Du hast einen Kriminalriss. Hast du das schon wieder vergessen? Okay. Dann, wie geht das? Du hast dich doch so übelst drüber aufgeregt, beziehungsweise, wie es heißt, aufgeregt, dir Sorgen gemacht. Ähm, dass ich mit dem Akteneintrag bei dir in die Klasse komme und wolltest mich gar nicht haben. Und dann willst du mir jetzt erzählen, du hast das fast wieder vergessen? What? It's tough not having any place where you belong, isn't it? What? However, I reserve the right to change my mind if your grades drop. Okay, dann sollten wir trotzdem regelmäßig lernen gehen. Und in exchange, you won't tell anyone, that I'm moonlighting as a maid. Yeah. Dat glaubt mir sowieso keiner. Sound good? Yep, ich versprech's. Then it's a deal. Ich hab mich mit Kawakami geeinigt. Fluxkompensator an und zurück in die Zukunft. Oh, das können wir da nicht erzählen. Das können wir da erst recht nicht erzählen. Das glaubt ihr doch niemals. Dass man mir klar hat, dass diese Argumentation jetzt kommt. Ich kann nicht glauben, dass du das selbst durchfühst. Es musste jemanden an der Schule helfen, die dir helfen. Äh. Also an der Schule befinden sich einige Personen, die mir geholfen haben. Nix. Mäßigkeit, okay. Na gut. Ermöglichte verschiedene Aktivitäten in Kawakamis Klasse. Faulenzen. Okay. Das ist ein erster Schritt. Oh, was mache ich hier mit einem meiner Studenten? Gute Frage. Wir sollten uns beide dabei nicht erwischen lassen. Well, ich glaube, ich sollte gehen. Das vielleicht besser reicht für heute, ha? Oh, bitte request mich, wenn du eine Hilfe mit deinem Hausarbeit brauchst, okay? Dafür hatte ich dich doch eigentlich heute geholt, oder? Wieso hast du noch nicht geputzt? Äh, warum? Well, ich meine, wir kennen uns das segre. Und es würde wirklich meine Meinung an Ease bringen. Okay. Kann sein, dass du einfach nur das Geld brauchst. Äh, so alt bist du doch jetzt auch noch nicht, hä? Auch nicht, wie du dich in der Schule zeigst. Also, hä? Das kann ich mir kaum vorstellen. Wie alt wird die sein? Irgendwas zwischen Mitte 20 und Anfang 30 vielleicht? Ich meine, klar, er hier, äh, unser, unser Hauptcharakter ist, was, wie alt? 16? 17? Ja, so die Drehe wahrscheinlich. Keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken, äh, wieso das, das Alter in der zweiten Oberstufe ist. Aber, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Kabakami so alt sein soll. Sie wirkt auf mich relativ jung. Ja, ja, werden wir schon machen. Ich freue mich auf diesen Social Link. Meister! Okay, Meister, das reicht für heute. Ja. Ach, Mann. Du hast keine Ahnung, wie anstrengend dieser Job ist. Versprich mir, dass du in der Schule nichts davon erzählst, ja? Das ist für uns beide besser. Kein Wort zu irgendjemandem über mein Zeug. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Für Becky und den Meister, okay? Kannst du das für dich behalten? Ja, verstehe ich schon. Danke so much! Ja, hatte meine Güte, Meister. Vielen lieben Dank. Ich halte mich auch an mein Versprechen. Na gut, ich gehe jetzt nach Hause. Vergiss nicht, für deine Prüfungen zu lernen. Wenn du deine Zeit so verträdelt, leiden deine Noten. Bis bald. Jawohl! Also macht sich ja trotzdem immer noch Sorgen um, äh, unsere Bildung, ne? So ist es ja nicht. Ich finde jetzt nicht, dass sie einen schlechten Eindruck macht. Nur weil sie da halt so einen Nebenjob hat. Schönen! Wer weiß, warum sie die Kohle braucht. Vielleicht zahlen die an der Schule ja wirklich so schlecht. Keine Ahnung. Hey, was geht? Äh, was machen wir heute? Wir haben noch Zeit, aber sollten wir uns nicht wenigstens die Gegend rund um den Schatz ansehen? Äh, also, willst du heute zum Palast? Äh, ich werde es mir überlegen. Aber eher nein. Äh, tja, das Timing überlasse ich dir. Aber warte nicht zu lange, Mann. Hey! Hey, solltest du den anderen nicht von diesem Ziel im Mementos erzählen? Und wir haben auch Nachrichten. Was unzunehmen wir heute? Wenn du den Palast infiltrieren willst, solltest du alle zusammentrommeln. Äh, nö. Was machen wir heute? Hey, was machen wir heute? Treffen wir uns halt nicht? Wir sind gerade im unterirdischen Einkaufszentrum von Shibuya. Ich werde noch eine Weile in Shibuya sein und du sagst Bescheid, wenn irgendwas ansteht. Ja, das könnten wir auf jeden Fall machen. Mal jetzt nachmittags mit Ahn rumhängen. Oder? So, Ryuji ist nicht da, wie es aussieht. Äh, da müssen wir mal gucken, wie steht es denn eigentlich mit unseren Vertrauten? Äh, Gefängnisaufseher ist schon Level 5. Echt? Okay. Äh, Morgana Level 4. Das läuft ja automatisch. Yusuke ist 1. Ist klar. So, Chiro ist 4. Ahn ist 3. Ryuji ist schon 5. Akechi ist 1. Die Erzene ist auf 6. Äh, Kawakami ist jetzt erst auf 1. Das ist klar. Mishima auf 4. Äh, Kasumi. Kann ich da eigentlich irgendwie selber was machen? Oder ist der automatisch? Ich glaube, Kasumi ist automatisch. Ähm. Takuto Maruki. Äh, könnte man auch mal wieder hin. Aber ich glaube, ich will erst mal zu Ahn. Äh, das gibt mir so ein bisschen ein paar... Noch so ein paar Skills im Kampf. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ähm. Gehen wir nach... Achso, ja, die ist ja hier, ne? Ach, ne, hier ist Maru. Ne, hier ist er. Genau. Und dann müssen wir ins Einkaufszentrum... Da steht sie doch schon. Ja, wenn man die Kleider nebeneinander sieht, sehen sie irgendwie alle gleich aus. Ja, ich wollte aber eigentlich mit Ahn reden, wenn ich die Kleider angucke. Ach, Akira, was hast du heute vor? Ja, machen wir das zusammen. Bist du sicher? Wir haben den Schatz noch nicht gefunden. Wir haben viel Zeit. Tja, wenn du das sicher bist, sollte ich mir wohl keine Gedanken machen. Es wird schwieriger, als ich dachte, mein Herz zu stärken. Meinst du, wir könnten nochmal drüber reden? Äh, ja, können wir. Hm, ab und zu ist es gut, eine Pause einzulegen. Ja, ja, wir hängen ja mit ihr ab. Ja, dann gehen wir zum Inokashira-Park. Da können wir uns unterhalten. Hey! Ach, guck mal, die Enten da drüben. Es muss eine Familie sein. Ah, dieser Ort ist einfach unglaublich. Shibuya ist nicht weit entfernt, aber wir sind mitten in der Natur. Hey! Äh, Tokio ist ein seltsamer Ort. All die ganzen Menschen und Läden und trotzdem gibt es hier Parks mit Enten. Diese Stadt hat alles, aber ich verstehe sie nicht. Es ist irgendwie beängstigend. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Oh, stimmt, du bist gerade erst hergezogen, Akira. Hey. Zu Beginn fiel es mir extrem schwer, mich anzupassen, aber die Menschenmassen und alle rennen umher. Fast so, als ob sie wütend wären. Selbst in der Schule war ich die Ausländerin. Keiner kannte mich, aber alle redeten über mich. Ich dachte, mein Aussehen sei das Problem. Ich überlegte sogar, mir die Haare schwarz zu färben. Aber dann lerne ich Shiro kennen. Das Erste, was ich sagte, war, da kam er, ich sage, du kannst nicht malen. Äh, hatte sie recht? Nein, hatte sie nicht. Meine Bilder waren nicht schlecht. Ich bekam jedoch eine 4 in Kunst. Keine Ahnung warum. Aber das war das erste Mal, dass jemand mit mir redete. Ohne mein Aussehen zu erwähnen. Danach kamen wir uns näher und seitdem ist Shiro meine beste Freundin. Aber darum sind wir nicht hier. Ich muss mit dir noch über etwas anderes reden. Hey. Erinnerst du dich an unseren letzten Besuch hier? Ich sprach von der Diebin in dem Anime von früher. Und ich habe eine Idee. Okay, schieß los. Spotte nur, solange du kannst. Die Schurken in diesen Sendungen streben stets die Weltherrschaft ein, oder? Und obwohl der Held sie stets besiegt, geben sie niemals auf. Das heißt also, dass ihre Herzen wirklich standhaft sind. Und darum möchte ich versuchen, von ihnen zu lernen. Okay, gute Idee. Fragezeichen. Oder? Darum habe ich entschieden. Was? Yes! Ich werde ein Actionstar! Was? Äh, Ahn? Im Ernst? Äh, das wird nicht funktionieren. Was? Aber vielleicht kann ich die Shorkin spielen? Also gut. Das wird mein ultimatives Ziel. Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich im Leben erreichen will. Aber jetzt weiß ich es. Und alles nur, weil wir miteinander reden. Akira, danke. Äh, okay. Ich spüre, wie Ahns Motivation richtig explodiert. Hoffentlich hebt sie jetzt nicht zu weit ab. Bäm. Rang 4. Was sexy Technik. Chance, die Aufmerksamkeit des Gegners zu wecken und seine Aktion abzubrechen. Ah, okay. All right. Nun, wenn ich in Actionfilmen mitspielen will, sollte ich körperlich fit sein. Wie viele Setups ich dafür wohl machen muss? Oh, Rioschi kennt ein gutes Fitnessstudio. Vielleicht sollte ich ihn fragen. Oh, ja. Und ich sollte Shihou von meinem neuen Ziel erzählen. Bestimmt wird sie sich darüber freuen. Komm, lass uns die Beine aufjoggen. Äh, ich bin jetzt schon außer Atem von der Diskussion, ey. Und da kommt nochmal ein Anruf von ihr. Hi, ich bin's. Hast du gerade Zeit für ein Gespräch? Ich hoffe, ich bin athletisch. Äh, also, ich habe nichts gegen trainieren oder so. Ich bin ganz erledigt von meinem Sprint zur Station vor und ich muss mal mehr trainieren gehen. Warte mal, sind wir gesprintet oder sind wir gejoggt? Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Tust du etwas, um deinen Körper zu trainieren? Äh, ich trage Morgana in der Tasche. Das ist Heldin des Trainings. Ganz schön beeindruckend, ich meine. Das macht hier gar nichts aus. Wie viel Mona wohl wiegt? Vielleicht trage ich ihn das nächste Mal in meiner Tasche. Okay, erstmal muss ich herausfinden, wie das Training für mich die beste Wahl ist. Das erste versuche ich ein paar Gills mit der Wasserflasche. Ja. Ist zwar schon fast leer, aber besser als nichts. Okay. Okay, wir sehen uns später. Ja, mach du mal. Ich trage Mona umher. Schön. Das stinkt mir echt. Das ist in der Regenzeit nie was los ist. Hey. Na, ich wette die betronkene Journalistin trinkt dann Shen Yoko wieder die Nacht durch. Ja, das mag vielleicht sein. Ich habe aber noch was anderes. Ja, noch einen Bericht. Ich will dir wieder einmal berichten, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Hast du Zeit? Ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber ich habe auch einiges vorbereitet. Und ich glaube, das kann euch echt helfen. Was sagst du? Willst du mehr hören? Ähm, nope. Hallo, Meister. Hallo, Meister. Hier ist Becky, deine Verschwörung, deine Verwöhnungsexpertin. Verschwörungsexpertin hätte ich jetzt fast gesagt. God, die Quarantäne schadet mir. Oh je, wird Zeit, dass es vorbeigeht. Ich wollte fragen, ob du mich anfordern kannst. Die Gebühr beträgt 5000 Yen, aber ich verspreche eine sehr befriedigende Leistung. Äh, diese Wortwahl. Ach, Kawakami, wir werden darüber zu reden haben. Aber nicht heute. Nein. Nicht heute. Wir gehen jetzt erstmal wieder zur Station und nach Shinjuku. Aber nicht zu Mishima. Nope. Ich interessiere mich hier für jemand anderen. Oder bin ich hier falsch? Warte mal, ich bin doch hier falsch. Ich muss doch nach Kichijoji, oder? Wir haben noch ein unbekanntes Ziel, ja? Sammeln wir in der Harmonie-Elle-Infos über den alten Mann. Das auch, aber... Ich dachte eigentlich an was anderes. Aber das können wir auch gleich mal nebenbei noch mitmachen, ja? Also, falls wir mal irgendwo jemanden haben, der quatscht... Müssen wir mal schauen. Äh, 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 Papa, ich hab Hunger. Ich will das Jaki-Super-Brot. Der große Bruder von meinem Freund ist in der Orberschule, der hat mich mal probieren lassen. So super. Aber, aber die nehme ich von der Bäckerei ums Eck mit. Das ist doch nicht das gleiche... Das ist doch nicht das gleiche, Papa. Das war noch viel leckerer. Wirklich? Ich dachte, die von der Bäckerei seien nicht schlecht. Aber der große Bruder von meinem Freund bekommt die dauernd. Okay, das ist jetzt nicht so die Information, die wir haben wollten. Hey, hier nicht, da nicht. Nope. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich ja doch falsch? Ich peil's gerade nicht. Ey, ich komm heute überhaupt nicht klar. Mit Orientierung hab ich's heute so überhaupt nicht. Schau mal, hier noch. Ja, höchstens Iwai. Hier haben wir Kawakami. Oh ja, und Mishima. Hier ist keiner. Aber... Ich will zu der Wahrsagerin. Müsst ihr die nicht hier irgendwo sein? Ich meine, die müsste hier irgendwo rumstehen. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Also mit Mishima will ich nicht schon wieder abhängen. Ach, ist die nicht da, wenn's regnet? Kann das sein? Könnte es sein, dass die nicht da ist, wenn's regnet? Okay. In dem Fall Kawakami. Ja, ich würde sagen, in dem Fall Kawakami. Ähm. Oder ist es denn überhaupt abends? Ja, oder? Ja. Ja. Ja, ist das sowas? Da muss ich mich nochmal informieren. Aber dann gehen wir jetzt ins Leblanc und holen nochmal zum Abschluss Kawakami. Oh. Ja, will ich. Hi. Hi, hier ist Piki. Danke, dass du an diesem nassen... Ach so, du bist es. Wenn es regnet, hab ich fast nie konnten. Es kostet dich 5.000 Yen, mich anzufordern. Aber diesmal mach ich besonders gute Arbeit. Ja, da bin ich ganz sicher, dass du das tun wirst. Sie treffen. Mein, 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 das Kostenhaufen Kohl. Was? Hä? Du willst mich wirklich anfordern? Ja, dann komm ich sofort rüber. Es wäre schön, wenn du vorher etwas aufräumst. Dann würde mir den Job deutlich erleichtern. Ähm, Kawakami, kann es sein, dass du weniger, dass du weniger Kunden bekommst, ähm, weil du dir selbst die Arbeit machen lässt und nicht, weil du aus dem Alter raus bist? Ich soll jetzt aufräumen, damit du weniger Arbeit hast. Ähm... Ich habe dir 5.000 Yen überwiesen. Per Echtzeitüberweisung. Und du willst, dass ich vorher aufräume? Mädchen, darüber werden wir noch zu reden haben. Naja. Ich, ich liebe es, heruntergekommen... Äh, ich meine, ein schicke Zimmer zu putzen, das ist so befriedigend. Für dich mache ich mich gerne schmutzig, Meister. Aber es ist nie, dich nicht so in der Hübsche Meid dreckig zu sehen. Ähm... Das sage ich deinem Chef. Äh, ich fühle nichts. Ach komm, das spülen wir mal mit. Ja, doch. Oh, Meister. Dein Zimmer ist zwar schmutzig, aber dein Herz ist rein. Ich lege dir mal los und erledige das. Was soll denn das eigentlich heißen? Ey, wir haben hier ordentlich umgebaut. Du hättest die Bude mal sehen sollen, wo wir hier reingeworfen wurden. Ah, das reicht, oder? Ich lasse es noch ein bisschen unordentlich. Das verleiht dem Zimmer Scham. Ich bin fertig mit Aufräumen. Nö, was? Was? Äh... Äh, Kawakami? Ist alles okay mit dir? Äh, ich bin erledigt. Ich darf unter der Woche keine Überstunden machen. Nach der Schule muss ich sofort zum Nebenjob. An freien Tagen muss ich Schulsachen vorbereiten und Hausaufgaben korrigieren. Heute musste ich Badewannen schrubben und mit Hunden Gassi gehen, alles ohne Pause. Und wo wir gerade von Tieren sprechen, mir riecht's nach Katze. Ich füttere immer viele Streiner. Es hat mich überrascht, dass du nach mir verlangt hast. Das hätte ich nicht erwartet. Oder hast du gehofft, dass wir merkwürdige Sachen miteinander treiben? Äh, naja, also... So wie du deine Sätze zusammenbaust, äh, hast du's ja auch teilweise impliziert, ne? Ja? Auf keinen Fall. Ja, solange dir das klar ist. Ja, ich hab'n Maltkostüm an, aber ich bin deine Lehrerin. Also komm, nicht auf dumme Gedanken. Außerdem will ich mich nicht zu sehr mit meinen Schülern einlassen. Ja, ich brauch'n Nickerchen. Tut mir leid, aber gib mir bitte fünf Minuten. Vielleicht auch zehn. Äh... Ey, Junge. Wollt noch mal... Ich wollt noch mal... Den Topf in die Spülmaschine schmeißen. Was macht dieses Mädchen hier? Dich kann man aber wirklich keinen Abend alleine lassen. Ich geh' mal lieber und stell' keine weiteren Fragen. Und du wirst die Kurze ganz schnell los. Wir hatten dein Bett nichts verloren. Ja, und so schnell ist es auch schon wieder vorbei, danke. Äh, ja, bitte. Und ich werd' wahrscheinlich morgen ein heftiges Gespräch mit meinem Ziehpapa haben. Öpsi. Hey, weißt du... Weißt du was über gut bezahlte Nebenjobs? Du verdienst doch gut, wenn du dir jemanden zu putzen leisten kannst. Halt mich auf dem Laufenden. Ähm... Du brauchst Geld? Nun, äh... You know. Das ist für meine kleine Schwester. Sie ist krank und ich muss die Orztrechnung bezahlen. Ach so. Du, ich kenn' deine gute Ärztin. Hallo. Ja, ich... Ich habe überwiesen. Was? Das reicht nicht. Aber das war der gleiche Betrag wie letzte Woche. Ich... Nein. Ja, das verstehe ich. Okay, tschüss. Äh... Oh, falsch verbunden. Das glaub' ich aber nicht. Hey, tut mir leid, dass ich das einfach so frage, aber... Du kannst mir nicht zufälligerweise 100.000 Yen leihen. What? Äh, warte, vergiss das wieder. Es wäre schrecklich, dem Schüler Geld zu schulden. Hey, du magst ja Geld haben, aber dann klingt lieber guten Nacht, bevor du was davon ausgibst. Zeichen Diensten vergeudest du es nur. Äh, schimpfst du mich etwa aus? Ja, ich brauch' das Geld, ja. Äh, fehlen noch drei. Das ging doch gerade nicht um eine Arztrechnung. Verarschen kann ich mich doch alleine. Äh, bis bald, Meister. Okay, das müssen wir mal im Auge behalten. Das gefällt mir nicht. Ja, äh, ist das der Meister? Danke, dass du unseren Service nutzt. Ach, ich... Ach, du Scheiße. Oh! Oh, Entschuldigung, aber dieses... Dieses... Dieses Porträt da gerade, äh... Oh mein Gott! Oh nein! Ich... Ich würde wirklich keine mehr für dich sauber machen. Ist das okay, Meister? Ähm... Äh, was zur Hölle? Äh, was? Was ist los? Äh, die gute Maggie arbeitet einfach auch dafür, dass sie ihren Meister wiedersehen kann. Äh, sorry. Teil des Jobs. Ha, okay. Das macht mich wahnsinnig. Also lass' ich das Gespräch über das Geschäft einfach sein. Ja. Äh, ist vielleicht besser. Äh... Oh Gott. Äh, scheiße, mein Manager kommt. Ähm, ja, ich... Naja. Hey, ich hoffe, du fragst irgendwann wieder an. Sorry. Okay. Oh je, oh je, oh je, oh je. Puh! Das wird nicht ohne. Nur noch zwei Wochen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Verlangt keine Schere immer noch, dass wir zahlen. Ja, jeden einzelnen Tag. Mann, es muss Haupt sein, sich jeden Tag damit rumschlagen zu müssen. Ja, mittlerweile bin ich's gewohnt. Echt? Hä? Hä? Du bist der Wahnsinn. Ja, bisher Wahn ist nur E-Mails. Das ist... Da ist es nicht so schwer, das Ganze zu ignorieren. Wer weiß, was er zu extremeren Maßnahmen greift. Ja, wir können ihm nicht vertrauen. Ja, wenn er das Foto verschickt, sind wir erledigt. Es wäre wohl gut, das lieber früher als später zu machen. Ja, ich denke auch, wir werden in der nächsten Folge... ...in den Palast gehen. Hey! Oh, ihr habt euch seitdem gar nicht mehr getroffen. Bist du auf dem neuesten Stand? Wenn ihr all eure schmutzigen Geheimnisse verbreitet, seid ihr erledigt. Gebt allen Bescheid, dass wir uns im Versteck treffen. Dann planen wir unseren nächsten Schritt. Ja. What? Äh, was ist? Ach du Scheiße. Die Nummer schon wieder. Sorry for the wait. Hi. So, what's up, Morgana? Äh. Ähm. Dadurch fängst du zu schwärmen an. Äh. Ja, ja, genau. From what? Äh, hä, hä. Well. It's something I've been giving a lot of thought lately. Now that we've all gained some experience in battle, I think it'd be good for us to work on our finishers. Äh, unsere was? Our finishers? Yeah. I guess if we're going to keep fighting, we ought to do it with style. Ähm. Wäre das jetzt nicht eigentlich Morganas Text gewesen? Okay, offenbar nicht. So, I came up with just the idea. It's maybe my best one yet. And we can definitely pull it off if you play a part in it, Lady On. Me? Well, okay. What do you need me to do? Now that's our Lady On. Quick on the uptake. What I had in mind was... Oh Gott, was wird denn das? Ah, okay. Um was genau geht es hier? Äh, what? Was war das? Das ist ne gute Frage. Der Stern, den Jazze uns gegeben hat, hat angefangen zu leuchten. Hat das Ding vielleicht auf irgendwas reagiert? What's up? Gute Frage. Das weiß ich selbst noch nicht so richtig. Ja, wir hätten damit ja auch nicht gerechnet, dass ausgerechnet du uns, äh, joinst. Aber gut, äh, jetzt bist du dabei und jetzt hast du gar keine Wahl mehr. Klar doch. Ja, das haben wir auch noch nicht ganz verstanden. Wie gesagt, das wissen wir alles noch nicht. Äh, wir versuchen auch einiges noch zu ergründen und zu verstehen. Ja, Reuchi ist da ein bisschen sehr sorglos. Das stimmt. Ignorier ihn einfach. Das ist allerdings ein gutes Argument. Scheinbar nicht. Ja, das ist nicht so schwer. Hm. Ging mir genauso. Na. Ein Mann mit langer Nase. What? Nix, alles gut. Ich will dir die Wahrheit sagen, aber es ist schwer zu erklären, dass Igor diese App gesandt hat. Ja, offensichtlich. Ja. Hm. Wieso hat denn der HZJ eigentlich hochkant gefotografiert? Machen wir doch quer. Das ist genau wie die ganzen Deppen, die immer hochkant mit dem Handy filmen. Meine Fresse. Die Dinger machen 16 zu 9 Videos. Dann macht's, macht's, wenn's dem Querformat. Mann. Ich could only imagine, was would happen then. Ui. Äh, gut, da haben sie Makoto natürlich... ganz ungünstig erwischt. Come on, just gotta take care of him before the time limit. We'll bounce back from this. Plus, people will really start in my ring as we can manage to take this bastard down. Yeah, this is the perfect opportunity. We have to succeed, no matter what. Alright. Ah, Kanichiros Gefolgsmann sagte, dass die Frist am 9. Juli endet. Ja, und an dieser Stelle sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und gehen dann das erste Mal, äh, direkt in Kanichiros Palast. In seine Bank. Weil das letzte Mal war ja stark geskriptet, äh, für das Erwachen von Makotos Johanna. Und diesmal werden wir uns ein bisschen freier bewegen können. Mal schauen, was uns da erwartet und welche Hindernisse uns da in den Weg gestellt werden. Ich bin gespannt. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bleibt gesund und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!